Ein Sofa aber noch, nämlich Harley von Coynoa als Ledersofa, zwei Meter breit, mit Jockel in Nussbaumassiv. Und das Leder ist ein A-India-Leder, ja es ist für A-India eigentlich brutal weich, also ein sehr gutes A-India-Leder, wurde halt auch für die Hausmesse gemacht. Und Harley ist ein sehr klassisches Sofa mit einfacher Technik, hier mit wenig Sitztiefe für kleinere Menschen. Und wenn Sie das hier verändern, haben Sie mehr Sitztiefe für größere Menschen und einen höheren Rücken. Die Schulter lehnt an, ich bräuchte hier jetzt zwingend noch ein Lendenkissen, aber das lässt sich sicher finden. Das Leder fühlt sich richtig geil an, also ob das hier die normale Qualitätsstufe A-India ist, das ist die Messequalität, ja. Hier werden immer ausgesucht, schöne Häute genommen, wenn Messeauftrag steht, sucht jeder das Beste aus. So haben Sie viel Tiefe, so können Sie dann auch gut mal so liegen, geht wunderbar. Und so haben Sie auch für einen sogenannten Schwiegermuttersitz, also nicht so tief und relativ aufrecht. Harley kommt aus der Hausausstellung von Keuner, wie ich schon gesagt habe, 2.94 Euro, ohne sind nicht wenig Geld, aber das Teil kostet im Fachhandel sicherlich 1.500 Euro mehr. Profischnapp.de, Ihr Online-Outline für Markenzufassen, sagt Danke, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, bleiben Sie im Gewogen, ich freue mich natürlich auch über Ihren Like und über Ihren positiven Kommentar. Wir geben uns doch einiges an Mühe für diese Serie. Danke und Tschüss, Herr Lutz Reinhardt von Profischnapp.de.